Mein Name ist Albert Rösti, ich bin Präsident der SVP Schweiz, Nationalrat aus dem Kanton Bernd. Die Begrenzungsinitiative muss unbedingt angenommen werden, damit man verhindern kann, dass unsere inländischen Arbeitskräfte verdrängt werden von billigen EU-Arbeitskräften. Das ist gerade jetzt, nach der Corona-Krise enorm wichtig, wo wir enorm viele Arbeitslose haben, eine riesige Zahl mit mehreren 100'000 Leuten Kurzarbeit. Es kann doch nicht sein, dass aus der EU billige Leute die anderen, die hier arbeiten, verdrängen und noch den Lohn drücken. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Die Begrenzungsinitiative Die Begrenzungsinitiative Die Begrenzungsinitiative